Arbeit in der Pause. Oder im Hotelzimmer, wenn man einem langweilig ist. Kannst ja einfach anschließen an jeden Fernseher. Und dann hast du hier 240 Spiele zur Auswahl. Und da ist wirklich für jeden was dabei. In einem Jahr haben wir lädische Computerspiele aus der Anfangszeit. Das ist cool, ich finde das ausgesehen. Ich habe jetzt Läden-Schürze in der Freizeit. Ja. Das war Löwe. Das war Löwe. Ja. Das war ein Löwe. Ja. Also unendlicher Spielspaß hier. 240 Spiele für 5 Euro. Das ist das perfekte Geschenk. Wir sind am Ende der 5 Euro Show. Der 5 Euro Überraschung Show. Jeden Tag um 17 Uhr. Es macht einen Riesenspaß, diese Sellen zu moderieren. Bleiben Sie bei PölTV. Viel canceled. 10 Uhr. Das war T af digitally. 25 Uhr. 26 Uhr. 26 Uhr.